Ja moin und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Portal 2 Coop mit dem Rainer Okay, das heißt da muss ich hier einen Tordel machen. Das kommt da durch. Boah, die sind so awesome. Okay, ich kann mich hier rausstellen. Ah ja. Oh oh. Pass auf, ich mach das weg und du killst sie. Wo ist die Viecher? Woher die Viecher? Ja, diese Roboter. Was soll das? Monster! Die gehören zu uns! Ein Scherz. Ihre Vernichtung ist Teil des Tests. Sie sind für euch nicht richtiger als hier für mich. Ah, warte, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Genau. Jetzt musst du ein Portal machen. Hier und hier. Oh, und hier. Warte mal, da. Wo? Das war's nicht auf. Ja, wir... Die Bekanntgabe individueller Ergebnisse würde den Test beeinträchtigen. Ich kann aber mitteilen, dass es für einen von euch sehr, sehr gut aussieht. Oh je... Wir vereinigten uns. Wird wir weiter zur nächsten Testkammer. Wird wir endlich mit... Hast du, äh, Audio ganz aus oder was? Wie? Ja. Na. Die redet ja die ganze Zeit. Ja, ja. Wurde, umso, ja, ja. Sie sagt, dass nur einer schafft von uns. Aber wir müssen zusammenarbeiten. Ich lass dich nicht im Stich. Hey, jetzt auf einmal. Ups. Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Hört auf damit. Ach so. Gehen wir. Ihr habt eine so wundervolle Partnerschaft entwickelt, in der einer von euch die Denkaufgaben bewältigt und der andere bereit ist, ins Getümmel zu matscheln, sollte der Test in ein Fressfest umschlagen. Ah, da drüben. Aha. Ah ja, warte, ich geh da oben rein. So. Warte. Durch mal. Ja, warte. Okay, das geht nicht. Ich drück nochmal. Warte, 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 warte. Ah, ich kann da kein... Aber du kannst da ein Portal hin. Ach so, das hilft gar nichts. Verzeih. Ah, jetzt gehts weiter. So, wo muss ich jetzt hin? Oh, oh. Ah, drück mal jetzt. Oh. Du bist ein Wichser. Ja. 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 Ich krieg sogar 17 Punkte. Okay. Was bringt das, wenn ich da unten hinkomme? Das ist ein... Ah, ich brauch den Kuh, den Würfel dort. Warte mal. Okay, drück. Okay. Ah, den hole ich ja zuerst, oder? Ja. Nein, nicht da. Du musst... Okay, nochmal runter. Ich muss da rücken. Jetzt so rüber. 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 Stopp. Ah! Ah ja. Genau. Jetzt müssen wir wieder zurück. Ups. Ja. 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 Ja, das geht nicht. Weil du brauchst ein Portal. Du hättest vorher da ein Portal machen müssen. Da. Und da hättest du ein Portal machen müssen. Kannst du, mach du doch ein Portal. Bei dir. Ich kann ja nicht durchschaffen. Ne, aber rechts, dann kriegst du meinen Würfel. Mach mal hinter dir rechtsklick. Ja. Oder linksklick. Ah, das geht nicht, okay. Äh, ja warte, dann tu doch mal runter. Vielleicht kann ich das Portal dazu noch setzen. Orange, Blue ist kein Mensch. Blue ist kein Mensch. So, jetzt aber. Orange wird ein Kollaborationsfeld abgezogen. Scheiße. Stimmt. Gott den, fuck. So. Und da musst du dann ein Portal machen. Okay. Machst du da gleich ein Portal? Orange, das ist grausam. Orange erhält fünfmalen Kollaboration Punkte. Nein, wie. Ich bin zuerst jetzt gedrückt. Ah. Er töte mich absichtlich, nur weil er es kann. So, hier muss ich das machen. Ne, ich mach schon. Wenn es versucht, dann nicht. So. Okay. So. Robi. Jetzt mal hier im Portal. Ah, ich warte mal, der U-Flo ist schon da. Da ist was. Da ist was. Ah, drück mal. Genau. Nochmal. Nein, das ist nicht. Ah, so. Stop. Stop. Jawoll. Aber jetzt musst du. Ich geh doch hier rum nochmal. Ob ich jetzt erstmal ein Portal. Kommst. Kommt da. So, wo ist das? Ah, das ist da oben. Es scheint nur so, als würde ich eure Leistungen nur mit Kollaborationspunkten bewerten. Tatsächlich fließt jedoch jeder einzelne Aspekt in euer Endergebnis ein. Orange, du hast zum Beispiel eben zwei Chancen Hinweispunkte eingebüßt. Hehehe. Ja. Huh. Hot! Ich bin ein... Woah! Ah! 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 Ich wiederhole, dies ist kein Wettbewerb! Aber wenn es das wäre, dann würde Orange gewinnen. Ja! Genau. Oh, halt. Ah, was macht er denn? Warum halt? Achso. Aha. Aber, wir müssen... Da irgendwo. Ah, schiessen wir da oben. Aha. Ah, ich verstehe schon, ich verstehe schon, glaube ich. Pass auf. Ich gehe jetzt da rüber. Wie, wie komme ich da rüber? Ja, da. Ja genau, aber du musst... Achso, ich muss zuerst, achso. Genau, jetzt gehst du weiter. Genau. Jetzt muss ich den lese, glaube ich. Genau, jetzt kannst du dann dort oben... Ah! Okay, verstehe. Ah, okay. Okay, verstehe. Das war keine Rache. Ja, ja. Das habe ich nicht gewusst. Ja. Genau. Da musst du da drüber. Und da muss ich ganz schnell so rüber. Okay, verstehe. Ah, aber ich warte auf dich. Letze! Und warte. Passt. So, jetzt warte ich bis du oben bist. Warte. Okay. Okay. Okay, warte, 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 warte. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Achtung! Okay. Ah, geht's gut. So. Achtung! Und wie kümst du jetzt noch? Ah, du musst dann Brutal schießen. Ah, okay. Verstehe. Ich hätte genauer ausführen, wenn das Teamarbeit ein Konzept ist, bei dem mindestens zwei mit dem Ziel zusammenarbeiten, nicht völlig zu versagen. Jawohl. So Leute, das war's für diese Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace! Servus! Servus!